Herstellen für diese jungen Leute zu finden. Das heißt, sie haben wieder eine Lebenschance. Diejenigen, die diese Wohltat nicht empfangen, haben praktisch keine andere Lebenschance als Hartz IV, von ganz wenigen abgesehen, die die Kraft haben, das selbstständig nachzuholen und zu leisten. Das ist ein praktisches Beispiel. Das kann bedeuten, dass man dafür etwas tut. Das kann bedeuten auf jeden Fall, dass man dafür nicht bezahlt wird. Das kann bedeuten, dass man vielleicht ein bisschen von seinem Geld sogar selbst da einbringt. Das ist eine ganz neue Art von bürgerlichem Engagement, das nicht in unserer Wirtschaftspolitik vorgesehen ist und auch nicht in unserer Sozialpolitik. Ganz im Gegenteil, bis vor kurzem jedenfalls, ich weiß nicht, ob es jetzt in den letzten Umfragen sich noch bestätigt, aber jedenfalls aus der Sicht der Organisation der großen Sozialsysteme ist die Übernahme von Eigenverantwortung, die Entfaltung von Eigeninitiative eher unerwünscht. Wenn jemand sich um eine private Versicherung sorgt und das auch macht, dann wird er im Augenblick eher als jemanden angesehen, der für eine Zweiklassenmedizin eintritt, als jemand, der versucht, die Allgemeinheit zu entlasten und Selbstverantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir haben bereits eine Prägung unseres Denkens in diesem Land, die Kursänderung, die von mir an Beispielen deutlich gemacht wird, wesentlich erschwert. Die Alternative zu einer solchen Anstrengung ist die, dass wir zunehmend Objekt der Wirklichkeit werden. Das heißt, die Fabriken, die Unternehmer, die kleinen und mittelständischen Unternehmer, ich brauche gar nicht die großen Bosse, die kleinen und mittelständischen Unternehmer, die in der Bundesrepublik Deutschland immerhin 80 Prozent der Lehrlinge ausbilden und 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, fühlen sich in diesem Land nicht mehr wirklich gewürdigt. In ihrer Gemeinde schon, in ihrem Kreis, wo sie wichtige Stützen der Zivilgesellschaft sind, aber nicht im politischen Diskurs. Und das beschwert sie. Und in dem Maße, in dem die Globalisierung unternehmerischen Chancen außerhalb der gegenwärtigen Ordnung in Europa bietet, werden die dann zunehmend in Anspruch genommen oder wahrgenommen. Das ist keine gute Entwicklung. Die muss auch nicht sein. Nur wenn, wir können nur als Menschen hier in diesem Land Beispiele setzen. Und wenn das irgendwo mal anfängt und wenn wir dann über die wunderbare Art der Netzwerke und der muss ja nicht immer nur YouTube geben und sowas, es kann ja auch ein Netzwerk geben, was Austausch von Erfahrungen mit solchen zivilgesellschaftlichen Anstrengungen organisiert. Und das wird mit Sicherheit auch kommen. Dass der Bürgermeister guckt, ich habe hier ein Problem, wie machen das denn die anderen Städte? Und sich dann in diesem Netzwerk Informationen holt, Vorschläge holt, das vielleicht dann mit seinen eigenen Bürgern selbst macht oder noch was Interessantes und Intelligentes dazufügt und das dann wieder in den Diskurs eingibt. Auf diese Weise werden wir unsere Probleme lösen. Wenn wir glauben, dass die Abgeordneten im Bundestag der Ort der Innovation sind, dann ändern, dann irren wir uns. Das können die gar nicht sein. Wenn wir es von ihnen verlangen, verlangen wir etwas Unmögliches. Denn was sie tun können, sie können nur einheitliche Regeln machen. Und sie müssen dann diese einheitlichen Regeln auf ein Land mit vielen, vielen Unterschieden, mit einer großen Vielfalt projizieren. Und was ist die Folge? Einheitliche Regeln mit tausend Ausnahmen. Und was ist die nächste Folge? Eine wachsende Bürokratie, die die Ausnahmen administriert. Und was sagen wir dann? Wir haben viel zu viel Bürokratie. Das geht so nicht. Sondern da muss man sich mal fragen, warum ist das so? Ich wollte Ihnen mit meinem Beitrag heute Abend eigentlich mehr Anregungen geben, solche Fragen weiterzustellen und weiterzudiskutieren. Ich kann eine ganze Menge Beispiele zeigen. Ich kann auch Wege zeigen. Aber das ist eine Sache. Sicherlich erbaulich, auch beruhigend, dass Leute sowas können. Aber für sich genommen verändert das nichts. Es verändert nur was, wenn Sie es selbst machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.